Ich kann bei der G5 aus 16 verschiedenen Objektiven auswählen, die alle ihre speziellen Vorteile haben, ohne dass man bei der Bildqualität Kompromissen wahren muss. Das 45 mm Makroobjektiv ist sehr gut geeignet für Nahaufnahmen. Da ist die Farbwiedergabe ganz brillant und vor allen Dingen kann ich eine sehr geringe Tiefenschärfe erzeugen, wobei die scharfen Bildelemente extrem betont werden. Wenn ich irgendwo stehe und aus dem Augenwinkel eine interessante Szene sehe, dann kann ich mit dem 14 bis 140 mm Zoom-Objektiv beispielsweise aus großer Entfernung ganz stark in das Motiv hereinzoomen und bin so sehr nah dran. Ich kann auch gleichzeitig ganz schnell wieder rauszoomen und die ganze Kulisse einfangen. Dadurch ist das Objektiv sehr flexibel und schnell. Das 7 bis 14 mm Weitwinkelobjektiv hat einen extrem großen Bildwinkel von 114 Grad. Und das ist immer genial, wenn ich eine große dynamische Szene einfangen will, wenn ich mit einem Schuss große Dramatik erzeugen möchte. Das G5 Setup ist optimal aufeinander abgestimmt, weil ich einen sehr kleinen Kamerabody habe und sehr kompakte und leichte Objektive. Und das könnte ich mit meinem normalen System überhaupt nicht machen. Das könnte ich nicht mit meinem ständischen Sieg sehen. Vielen Dank.